Nicht nur Erwachsene sind interessant für uns. Am Bahnhof von Mannheim hat Chris Pohl einen Schüler getroffen. Bernhard Lüdecke, neun Jahre alt. Er erzählt, warum er gerade auf dem Bahnhof ist, was er oft nachmittags macht und was seine Hobbys sind. Ein interessanter junger Mann. Hören Sie, wie natürlich und klar er über sich selbst spricht. Ich heiße Bernhard Lüdecke und bin neun Jahre alt. Bernhard, dich treffe ich hier auf dem Bahnhof in Mannheim. Was machst du? Wieso stehst du hier? Müsstest du nicht in der Schule sein? Nein, wir haben noch Ferien. Morgen hören allerdings die Ferien auf. Das ist sehr schade. Ich bringe meine Omas gerade zum Bahnhof. Wie sieht denn so ein Tag eines neunjährigen Jungen aus? Morgens, so um Viertel vor sieben, stehe ich auf. Dann ziehe ich mich an, frühstücke, gehe in die Schule. Nach der Schule mache ich meine Hausaufgaben. Ja, dann spiele ich, ach Quatsch, dann esse ich. Dann spiele ich ein bisschen und spiele ich vielleicht noch manchmal ein bisschen Computer. Ich habe jetzt zu Weihnachten angekriegt. Ja, und dann gehe ich ins Bett. Was machst denn du in der Freizeit am allerliebsten? Schwierige Frage. Ja, also in der Freizeit am allerliebsten, naja, da fahre ich meistens Fahrrad, spiele jetzt, weil ich ihn ja erst neu habe, mit dem Computer auch sehr gerne. Und schwimme auch gerne. Aber das geht natürlich nur im Sommerschwimmen. Und verreist du zum Beispiel auch gerne? Kommt drauf an, in welcher Situation das kommt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade spiele und dann sagt mir die Mama, komm, wir müssen mal ganz schnell nach Frankenthal. Zum Friseur müssen wir. Da habe ich die Situation. Ach du meine Güte, muss das denn jetzt sein? Also solche Reisen nicht, aber Urlaubsreisen zum Beispiel? Das mache ich gerne. Wir waren gerade letztens, in Frankreich waren wir gerade letztens. Wie sieht denn das in der Schule aus? Was machst denn du da am liebsten? Tja, schwimmen, turnen und rechnen eigentlich. Findest du das Leben von Kindern kompliziert und schwierig oder findest du das Leben von Kindern schön? Ja, wenn es unbedingt mit der Schule zusammenhängt, dann finde ich es nicht so schön, weil manchmal kriegen wir solche Hausaufgaben auf. Das ist, oi, oi, oi. Aber sonst vom Spielen her, das geht, wirklich. Das ist gut. Tja, das unbeliebte Thema Schule. Er spricht auch lieber über die Freizeit, meinen Sie nicht? Und in seiner Freizeit steht er jetzt auf dem Bahnhof. Was macht er da? Will er wegfahren? Will er eine Fahrkarte kaufen? Will er eine andere Person zum Zug bringen? Er will eine andere Person zum Zug bringen. Und wen? Seine Großmutter, seine Oma. Und, wie heißt, ich bringe meine Omas gerade zum Bahnhof. Ja, nicht die Oma bringt Bernhard zum Bahnhof, sondern Bernhard bringt seine Oma zum Bahnhof. Und dann erzählt er, was er jeden Tag macht. Er steht früh auf, er frühstückt, er geht in die Schule. Alles, was er von früh bis abends macht, das ist sein Tag. Ja, er steht sogar sehr früh auf, der junge Mann. Wissen Sie noch, wann genau? Um sieben Uhr? Um viertel vor sieben? Um viertel nach sieben? Um viertel vor sieben steht er auf. Um viertel vor sieben stehe ich auf. Und was macht er am liebsten in seiner Freizeit? Fahrradfahren, schwimmen, Fußballspielen. Fahrradfahren und schwimmen. Wiederholen Sie. Fahrradfahren, schwimmen. Hören Sie noch einmal Bernhard. Sie wissen es schon. Er fährt Fahrrad, er schwimmt gern. Und womit spielt er gern? Na ja, da fahre ich meistens Fahrrad. Spiele jetzt, weil ich ihn ja erst neu habe, mit dem Computer auch sehr gerne. Und schwimme auch gerne. Haben Sie gehört? Womit spielt er gerne? Mit dem Fernseher oder mit dem Computer? Mit dem Computer, wie viele Jungen in seinem Alter. Und was macht er, wenn er nicht zur Schule muss, also in den Ferien? Fährt er gerne weg? Ja oder nein? Ja, er fährt gerne weg. Er macht gerne Urlaubsreisen. Das mache ich gerne. Wir waren gerade letztens in Frankreich. Waren wir gerade letztens. Gut. Vor kurzer Zeit war er also in Frankreich. Wir kommen immer wieder zum Thema Urlaub, auch mit Bernhard. Also, wann sagt man nun Urlaub und wann sagt man Ferien? Wenn ein Kind nicht in die Schule geht, hat es Ferien. Wenn sie nicht arbeiten, haben sie Urlaub. Gut, es ist klar. Die Ferien machen das Leben von Kindern schön. Aber wie ist es mit der Schule? Bernhard sagt, Wenn es unbedingt mit der Schule zusammenhängt, dann finde ich es nicht so schön. Wiederholen Sie, Zusammenhängen mit, das heißt zusammengehören. Ein Beispiel. Das Problem mit der Schule. Dieses Problem hängt mit der Schule zusammen. Und nun Sie. Das Thema mit dem Urlaub. Dieses Thema hängt mit dem Urlaub zusammen. Die Frage mit der Freizeit. Diese Frage hängt mit der Freizeit zusammen. Wollen Sie jetzt noch ein bisschen Grammatik? Hören Sie noch einmal Bernhard. Und ich bringe meine Omas gerade zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Das ist eigentlich zu dem Bahnhof. Präposition und Artikel sind also in einem Wort. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Er geht zum Friseur. Er geht zum Friseur. Und nun Sie. Er geht sehr gern zum Bahnhof. Er geht sehr gern zum Bahnhof. Er kommt gerade. Friseur. Er kommt gerade vom Friseur. Seine Mutter stört ihn beim Spielen. Seine Mutter stört ihn beim Spielen. Kommen wir zu Bernhard zurück. Wie alt ist er denn? Neun, zehn, zwölf. Er ist neun Jahre alt. Ich heiße Bernhard Lüdecke und bin neun Jahre alt. Er ist neun Jahre und er spricht schon so interessant über sein Leben. In der letzten Übung sprechen Sie über das Alter. Unser Beispiel. Stefan, zehn. Stefan ist zehn Jahre alt. Wiederholen Sie. Stefan ist zehn Jahre alt. Und nun Sie. Inge, fünfzehn. Inge ist fünfzehn Jahre alt. Annette, siebenunddreißig. Annette ist siebenunddreißig Jahre alt. Wilhelm, achtundneunzig. Wilhelm ist achtundneunzig Jahre alt. Sind Sie auch so alt? Ja, wie alt sind Sie denn? Nun gut, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Glauben Sie nicht auch?